Hallo, mein Name ist Paul. Ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr hier im Werk Leipzig. Ich lerne den Kfz-Mechatroniker mit der Spezialisierung System- und Hochwahltechnik. Hallo, mein Name ist Abon. Ich lerne den Beruf des Kfz-Mechatronikers für System- und Hochwahltechnik. In meiner Ausbildung durchlaufe ich viele verschiedene Abteilungen, um die komplette Produktion aller möglichen Derivate kennenzulernen. Der beste Bereich ist die Nacharbeit. In der Nacharbeit tut man die Fehler, die in der Montage passiert sind. Verbessern, also Teile wechseln oder Teile, die vergessen wurden, nachrüsten. Am besten gefällt mir in meiner Ausbildung die Aufenthalte direkt in der Produktion, wo ich den reellen Prozess mitbekomme, wie Autos gebaut werden. Ich habe eine Ausbildung gesucht, die viel mit Autos zu tun hat und einen Betrieb, der den Sport noch mit unterstützt. Das hat mir BMW angeboten und deswegen habe ich hier angefangen zu lernen.